Hallo Jonas, ich hoffe es geht dir gut. Ich wollte dir von einem spontanen Trip erzählen, den ich letztes Wochenende unternommen habe. Ich bin in eine kleine Stadt gefahren, die ich noch nie zuvor besucht hatte, einfach um dem Alltag zu entfliehen. Während meines Spaziergangs durch die Stadt stieß ich auf ein kleines Museum, das mir vorher nicht bekannt war. Es war der lokalen Geschichte gewidmet und bot faszinierende Einblicke in die Lebensweise und Traditionen der Menschen, die dort seit Jahrhunderten gelebt haben. Die Ausstellungen waren bescheiden, aber unglaublich aufschlussreich und haben mir gezeigt, wie reich und vielfältig unsere Kultur wirklich ist. Diese Erfahrung hat mich daran erinnert, wie wichtig es ist, offen für Neues zu sein und wie viel wir lernen können, wenn wir uns einfach darauf einlassen. Es hat mich auch motiviert, mehr solcher kleinen, unbekannten Orte zu erkunden. Ich denke, es wäre toll, wenn wir zusammen eine solche Reise unternehmen könnten. Es gibt so viel zu entdecken, auch in Orten, die wir vielleicht sonst übersehen würden. Lass uns bald darüber sprechen. Viele Grüße, Michael.